Dann ist zu Ende. Todorose. Jetzt machen wir noch Kraft Booster, denn wir haben hier einen Einäscherungs Longshot und Longshot ist gefährlich. Deswegen soll ich mich jetzt konzentrieren. Longshot ist wirklich sehr gefährlich. Ihr könnt gegen den verlieren. Schneller als ihr denkt. Und ich kämpfe ungern gegen Longshot. Weil jetzt hat er sein Karma. Wir können ihn trotzdem austricksen. Machen wir die SK-3 und 20 Schaden. Was Longshot nicht leiden kann, ist ein Champion irgendwie die Fackel. Kann ihn nicht abhaben. Deswegen kann er nicht abhaben, weil er sofort dann down ist. Sobald ihr die SK-3 macht, ist er erledigt. Von daher immer, immer Longshot mit der SK-3 fertig machen. Seid ihr gut dabei. So. Und jetzt, ja. Jetzt gehen wir zum Ding. Das Ding ist. Das Ding ist.